Hallo Leute, ich bin Siano257 und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga Part 2. So, ich guck mal schnell auf die Uhr. Okay, okay, okay. Und noch etwas. Hier hast du etwas Reisegeld. Du hältst 100 Münzen. Mann, der Typ ist nett. Oh Luigi, du gehst also auch nach Bodenland? Ja. Du bringst Mario zum Flieger? Das hatte ich auch vor. Mario, ich geh schon mal vor und erwarte euch dann am Kooperjet. Tschüss. Und noch mal, lass mich durch. Ich speichere einfach nochmal. Einfach so. Ja, ich weiß. So. Nanananana, hupf, hupf. Äh, ja, so. Ah, wie geht's ja? Noch keiner da? War das nicht der Typ, den wir vorhin, äh... Wie heißt es? Gesagt haben, wo's lang geht, Digger. Mario. Du bist Spätron. Ah, verdammt. Wie hab ich... Du bist Spätron. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Was sagst du da? Das ist der Kooperjet, meine neueste Waffe. Sag ich doch, aber genug wurden meine Leute. Männer an Bord. Bord. Nein, nein, nein. Bowser, du hast eine wirklich großartige Armee. Wo bleibt der Haufen? Du, willst du etwa in meine Armee? Ach, verstanden. Ganz streng willst du also mit. Genau du da. Hahahaha, nicht so schüchtern. Du siehst zwar nicht besonders helle aus, aber komm ruhig mit. Tschüss, Luiti. Ihr geblieben. Eure Widerlichkeit. Die Bowser-Armee ist soeben eingetroffen. Ey, hier sammeln wir uns, ihr Nasen. Ach ja. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich den Soundtrack mag? Ich glaub noch nicht. Alle mal angetreten. Wir gehen an Bord des Kooperjets. Töne 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 Töne. Woh, ha, ha, ha. Einfach köstlich, unser Neustzug. Nur starten wir endlich. Eure Schmutzigkeit. Alle Mann an Bord. Nur bis auf allen. Was? Sofort starten. Schnappt ihn euch. Jetzt kommt eine wunderbare Szene, die ich sehr, 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 sehr doll mag. Weil sie einfach nur stumpf ist. Ja, irgendwie leidet Luigi ganz schön am Anfang. Luftraum über dem Pilzkönigreich. Eine Durchsage für die Passagiere Mario und... Äh, mh... Oho, äh, grünkäppchen. Mario und grünkäppchen, zugehört. In Kürz erreichen wir Bohnenland. Also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Okay, dann speichern wir einfach nochmal. Einfach, weil ich's kann. Ich bin immer so, naja, was Speichern angeht, bin ich immer so ganz schön, ja. Nanananana, ähm... Jo. Hier gibt's nichts mehr zu tun, oder? Okay. Nanananana. Hallo. Du bist der Neuzugang in der Bowser-Armee? Bis zur Ankunft im Bodenland solltest du wissen, wie bei uns herrsel läuft. Verstanden? Okay, ja, ist klar. Äh, hallo. Verstanden? Zum Positionsgebäude. Start drücken. Ja, ja, ist ja. Okay, das sind weiß... Moment, hab ich startieren gelegt? Ja. Los, komm, Luigi, bleib vorne. Luigi ist cooler. Verstanden? Ja, ah, den zu... Ich weiß. Nanananana. Ach, wenn Luigi vorne ist, springt man bei dem mit A. Aha. Sieh mal an. Ja. Ja. Da hat mir se Juju ganz gekonnt, äh, ne Nachricht geschrieben. Wartet mal schnell, Leute. Wartet mal ganz schnell. Ja, okay. Na, 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 ich ignoriere euch einfach. Hey, ihr zwei da. Genau, ihr zwei mit den Bärten. Wir kommen nach Bodenland. Eure Pässe habt ihr doch sicher bei euch, oder? Äh, nee. Nee, äh, nee. Was? Du hast doch einen Koffer dabei. Drück Select und sieh im Koffer nach. Äh, ja, okay, von mir aus. Soll mir recht sein. Da sind sie doch. Das sind eure Pässe. Pusch. Nanu? Und wo sind die Fotos? Äh, äh, in der Toilette. Damit könnt ihr nicht nach Bodenland einreisen. Was zum? Nein, fuck. Aber wenn ihr ein paar Fotos machen, dann ist das, äh, Problem ganz einfach und bequem gelöst. Ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht schwer so. Stellt euch auf die Markierung da. Na los. Warte ich. Dann ab auf die Markierung. Nö. Hey, wir sind noch nicht fertig. Äh, scheiße. Okay. Und jetzt Grünkämpchen. Bitte zurücktreten. Wird recht freundlich. Fast hätte ich's vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drücke nicht auf die Pfeiltasten, um komische Fratzen zu schneiden. Okay. Okay. Und jetzt Grünkämpchen. Komm jetzt starten nach vorne und stell dich auf die Fußmatte. Okay, bitte. Okay, Mario. Bitte zurücktreten. Fertig. Stillgehalten. Nicht mit Pfeiltasten. Komische Fratzen zu deinem Verstand. Dann. Okay. Ich habe keine Pfeiltasten gedrückt. Bitteschön. Die Fotos für eure beiden Feste sind fertig. Gute Reise. Gucken wir sie Prachtexemplare doch mal an. Wuhu. Okay. Aber Luigi soll vorne laufen. Luigi ist einfach cooler. So. Nanananana. Wup. 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 Äh. Kann ich hier unten? Da ist einfach nur so ein Kästchen. Lass mich vorbei, du Spaßst. So. Nanananana. Trollololololololol. Und so weiter und so fort. Und vorgespult. So. Ich habe einen Fass kaputt gemacht. Okay. Von mir aus. Hey. Pass doch auf. Bowsers teure Fracht. Das Oberdeck? Geht einfach hier weiter. Aber bevor ihr auf das Oberdeck geht, solltet ihr noch eine Kleinigkeit lernen. Ich bringe euch bei. Wie ihr als Paar kämpft. Oh. Wie toll. Seht euch mal das Fass da an und seid bereit. Die besten Kämpfer aus den Elite-Druppen der Bowsers. Okay. Okay. Fast zertrümmern? Ja, natürlich. Ich hasse Fässer uns. Es ist ein Goomba. Total Elite heute. Total Elite. Zuerst lernen wir die Verteidigung. Ja, Mario springen mit einem Grünkäppchen. Bambam. Also gut. Anhalten. Ja, ich weiß. Jetzt Angriff auf Grünkäppchen. Anhalten. Und jetzt musst du B drücken. Ist klar. Genauso. Und er hat gekontert und so weiter. Bla, bla, bla. Das wissen wir alles. Der Angriff läuft genauso wie im Einzelkampf. Da ist Axel. Und die Kampfmusik ist wirklich sehr toll, weil ich den Soundtrack auf mag. Deshalb kann ich irgendwie nur sagen, die Lieder sind toll. Ach, verdammt. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Wusch. Juhu. Okay. Bumm. Total Elite, diese Truppen. Hahaha. Ne, ähm. Wusch. Okay. Fast da drüben an. Aber natürlich. Wir hassen Fässer. Und wieder ein paar Goombas. Wie einfallsreich. Okay. Moment. Wann habe ich nochmal die Aufnahme gestartet? Ich glaube vor 10 Minuten. Fuck. Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. Egal. Bumm. Was armselig wäre, wenn man jetzt am Anfang gekillt werden würde. Weil man die Action-Commandos nicht beherrscht oder so. Level 2. Oh yeah. Mal gucken. Ja, was gucken. Was wollen wir dann mal? Bart, Bart, Laube, dann Rabatt. Oder so in den... Ich glaube, naja, Brüderpunkte brauchen wir im Moment nicht. Vielleicht erstmal für den Anfang ein bisschen leben. Ein 1. Okay, ich bin schlecht. Egal. Warte. Ja. Warte. Déjà-vu. Ja. Puh, du bist so fix. Dich holt man echt nicht ein. Dabei müssen wir doch die Einreise vorbereiten. Wie mir doch einfach nicht die Zeit angezeigt wird. Egal. Dabei müssen wir doch die... Ach, so habe ich schon. Mario und Grünkäppchen. Helfen doch mal bitte. Nebenbei erkläre ich euch, was ihr wissen solltet, wenn ihr einen Kampf beginnt. Ja, ich weiß. Ist wie bei Paper Mario. Also lass mich in Ruhe. Oh. Nice. Okay. Äh, ja genau. Äh, ja genau. Ich weiß. Das Tutorial ist jetzt gerade unnötig. Ich habe es im ersten Part gemacht, weil ich Langeweile hatte. Also lass mich in Ruhe. Busch. Busch. Juhu. Gut, Luigi, was gebe ich dir? Ach genau, ich glaube, ich weiß schon, was ich dir gebe. Luigi muss schneller werden. Und wieder nur ein 1. Mann, habe ich ein Pech. Beziehungsweise irgendwie wird... Ja, hier bitte. Hier hast du deinen Gummer. Okay. Noch einmal bitte. Okay, bitte. Ach, verdammt. Busch. Na, 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 na. Ja, ja. Upsala. Ach. Oh, das war ungewollt, aber toll. Busch. Ach. Nein, ist noch kein... Ist... Ich... Ich brauche noch nicht beenden. Ich habe ja noch Zeit. Ich habe immer Zeit. Ha, ha, ha. Aber ich werde jetzt... Es wird jetzt nicht so gewonnen, dass ich in jedem Part... Ach, in jedem Part... Einmal in die Zeit gucke. Also... Och, da. Keine Angst haben. Falls jemand dieses LP überhaupt... Egal. Egal. Das war es ja. Wunderbar. Na, 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 na. Hallo. Wer bist denn du? Hier, im Reiseführer steht das auch im Bodenland. Viele Mario-Fans gibt's. Okay. Speicheralbum. Ja, zum Speichern bitte irgendwas. Joach. Ich... Wann mal... Habe ich jetzt noch Zeit? Ich habe... Ähm... Ne, würde ich sagen, das war schon mit... Also, ich werde es jetzt immer so machen. Genau, kann ich mal zu schnell erklären. Ich nehme einige Parts auf. Nicht immer bloß zwei, sondern... Äh, mal gucken. Wahrscheinlich immer so 5, 6, 7. Ähm... Und dann lade ich pro Tag immer ein Part hoch. Also, ich... Habe mein Upload-Konzept jetzt mal so ein bisschen geändert. So, nebenbei kann ich erst mal speichern. Speichern. Ne, speichern und Ende, würde ich sagen. Verdammt. Einfach speichern und weiterspielen. Äh, nein, eigentlich. Egal. Joach. Also, ich würde dann sagen, ich gucke nochmal auf die Zeit. Okay. Also, wie gesagt, auf die Zeit werde ich dann demnächst nicht mehr gucken. Das war's jetzt mit Mario & Luigi Superstar Saga Part 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, ja. Dann... Wurde ich ganz gekonnt sagen. Ich bin Diano257 und... Ciao. Sergeant! Eine Explosion! Sofort überprüfen! General! Subjekte Objekte entdeckt! Schnell zur Abschlussstelle! Alarm, Alarm! Sofort überprüfen! Untertitelung. BR 2018